Und dieses Urteil, das wollen wir noch ein bisschen einordnen mit Dr. Frank Zander. Er ist mal wieder bei uns und mal überspitzt gefragt für Sie als Anwalt für Strafrecht. Ist das nun ein Freibrief für Raser? Nein, auf gar keinen Fall ein Freibrief für Raser, zumal ja der Gesetzgeber nach diesem Berliner Raserfall entschieden reagiert hat. Er hat den neuen § 315d ins Strafgesetzbuch aufgenommen, der nun explizit das Rasen und die illegale Wettrennen unter Strafe stellt. Und in Fällen wie jetzt in Berlin wäre es jetzt so, dass die Täter bis zu zehn Jahre ins Gefängnis müssen. Also das wäre auch das Äußerste, was man am Strafmast festsetzen kann, wenn man nicht jemanden des Mordes verurteilt. Das wäre jetzt das Äußerste. Für die Berliner Raser gilt das alte Gesetz noch. Da wird es wahrscheinlich eine fahrlässige Tötung geben. Auf die fahrlässige Tötung gilt eine Freistrafe von bis zu fünf Jahren. Und in diesem Rahmen kann sich das Berliner Landgericht nunmehr bewegen, denn die Entscheidung des Bundesgerichtshofs war eine schallende Ohrfeige für das Landgericht Berlin. Jetzt geht dieser Prozess wieder zurück nach Berlin. Könnte dann auch da wieder das Urteil Mord fallen? Es könnte theoretisch fallen, es muss eine andere Kammer entscheiden, aber es ist äußerst unwahrscheinlich. Ich brauche, um Mörder zu sein, muss ich einen Menschen vorsätzlich töten. Es gibt den bedingten Vorsatz, das hat Berlin damals in Anspruch genommen, hat gesagt, billigend in Kauf genommen. Davon muss ich aber abgrenzen die bewusste Fahrlässigkeit. Und bewusst fahrlässig handele ich dann, wenn es heißt, ich gehe davon aus, dass es gut geht. Ich hoffe darauf, dass es noch gut geht. Das ist bei den meisten Rasern wohl der Fall. Kein Raser möchte jemanden vorsätzlich töten. Er möchte vorsätzlich ein Rennen führen. Er hat einen Vorsatz, illegale Rennen zu führen und zu gewinnen. Aber einen Tötungsvorsatz hat er wahrscheinlich nicht. Und deswegen ist es äußerst unwahrscheinlich, dass es nochmal ein Mordurteil geben wird. Also jetzt ging es von Berlin zum Bundesgerichtshof und jetzt wieder zurück nach Berlin an eine andere Kammer. Ist das Urteil dann auch wieder anfechtbar? Theoretisch ist es auch dann nochmal anfechtbar. Es kann dann wieder Revision eingelegt werden. Allerdings immer nur dann, wenn Rechtsfehler tatsächlich auch erkannt werden. Und meist werden die Kammern sich an der Auffassung des BGHs orientieren. Der BGH hatte ja einiges ins Hausaufgabenheft geschrieben, sodass man davon ausgehen kann, dass das Urteil dann rechtskräftig wird. Das ist natürlich das Verständnis für Raser, insbesondere dann eben auch für Todraser in der Bevölkerung, alles andere als bereit. Was kann denn auch noch geschehen jetzt im Rahmen vielleicht der Gesetzgebung, um noch mehr Abschreckung zu schaffen? Gut, der Gesetzgeber hat ja eine Abschreckung geschafft. Die ganze Zeit war es ja so, dass ich als Raser meistens, wenn etwas passiert ist, eine fahrlässige Tötung als Schlimmstes hatte. Und da war es, je nachdem, mit einer Bewährungsstrafe getan. Also es wurde gesagt, mach sowas nicht wieder, ansonsten musst du ins Gefängnis, bewähre dich. Jetzt hat der Gesetzgeber gesagt, nein, das kann nicht sein. Er hat den neuen 315D geschaffen, was dazu führt, dass ich, wenn ich einen Tod oder eine schwere Gesundheitsverletzung verursache durch einen Unfall, bei einem Wettrennen oder beim Rasen, tatsächlich bis zu zehn Jahre ins Gefängnis muss. Und das ist eine Verdopplung der Straferwartung, zumal jetzt auch die Debatte öffentlicher geführt wurde. Der Bundesgerichtshof hat ja heute auch über zwei weitere Fälle entschieden. Und da gab es ja bereits Haftstrafen wegen fahrlässiger Tötung von zwei Jahren und neun Monaten. Ja, dann hoffen wir, dass entsprechend das auch bei den Menschen ankommt und es letzten Endes einfach bei vielen heißt Fuß vom Gas. Danke, dass Sie bei uns waren, Dr. Frank Zander.